servus liebe warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute wollen wir uns mal angucken die schwierigkeitsstufe des sanktums der herrschaft denn wenn wir das mal vergleichen mit anderen raids sehen wir doch deutlich dass es im sanktum etwas schwieriger zu geht wir nutzen dafür jetzt mal warcraft logs wo viele gelten ihre logs hochladen und wo auch mehr kills aktuell gerankt sind bei wo wir progress sind wir aktuell bei sylvanas zu dem zeitpunkt wo ich das video aufnehmen nicht vergessen wenn ihr das video seht hat quasi die zweite id des raids in den usa begonnen heißt mythic ist auf dementsprechend haben wir jetzt je nach standort 7 bzw 6 tage mit dem neuen raid am start und hier sind es jetzt 51 kills laut warcraft logs auf sylvanas nach ja mit usa eingerechnet sieben tagen während wo wir progress da 30 ungefähr weniger an gibt irgendwie sowas in dem drehzahl variiert sagen wir jetzt mal 30 also was auf jeden fall auffällt es hat etwas länger gedauert bis der first kill kam und wir sehen hier die ersten drei borse gehen noch ganz gut weg bis so die neuen dann der sul und der sol render haben also ungefähr noch mal um die 4000 kills und dann kommt der erste krasse abstieg sag ich mal wenige gilden schaffen es danach den pain smith rasnall zu töten der muss ich auch ehrlich sagen wirklich ziemlich deftig getunt ist für den hc boss und danach die beiden bosse roh carlo ist auch noch mal ein roadblock die wächter der ersten geht so und dann kill to sat 670 80 kills bis hierhin und sylvanas dann mit 51 kills also am anfang hatten ja noch viele gesagt ja mythical legen die nicht sofort pipapo ja das war mir auch selber klar aber man sieht doch dass viele da probleme haben ihren kill da drauf zu kriegen und ich habe da auch mit ein paar leuten geredet die es wissen müssen und dort wurde mir halt auch gesagt dass das problem an dem boss fight ist nicht dass er unbedingt super schwer ist aber dass er teilweise echt verbuggt ist und immer mal wieder neue timer hat und so weiter und so fort und das macht das ganze halt relativ schwierig wir können jetzt mal schauen stand jetzt also hier haben wir dann wb progress okay da sind es jetzt 38 kills und das sind die übersichten für seier den atrius auf hc da gucken wir jetzt mal in der ersten woche wie viele ihn da gekillt haben hängt dran bei sylvanas sind wir jetzt bei ungefähr 51 und wir gucken jetzt bis zum 17 dezember ungefähr und wir sehen da kommen doch schon einige kills mehr zusammen sind wir bei über 200 250 300 jetzt kommen wir zum 16 300 also die kills vom 16 genommen mit so fast 400 kills bei den atrius innerhalb der ersten woche sylvanas 51 also da sehen wir dann doch es ist scheinbar ein rate hier was deutlich schwieriger ist und was den spielern etwas mehr ja abverlangt dem entsprennt gehe ich davon aus oder es könnte gut sein dass es da noch ein hotfix gibt oder nerfs zu den bossen würde mich nicht wundern aber auf jeden fall auch so sachen wie hc random stelle ich mir aktuell sehr sehr schwierig vor da kommt man glaube ich nicht weit zumindest nicht mit dem aktuellen hier stand also ich bin mal gespannt wie das weiter aussieht aber das sind wirklich belege dafür dass es aktuell sehr sehr viel schwieriger ist der rate auf hc als vorherige zumindest was den end boss angeht können jetzt noch mal spaßhalber in soth hc gucken wie viele da jetzt so in der ersten woche den kill sich geholt haben so da guck mal 22 januar bis einschließlich 28 da dann haben wir ungefähr die eine woche dicht also sylvanas 51 den natrius knapp 400 und in soth schauen wir mal 26 26 ja da sind wir jetzt schon über 400 ich denke da kommen jetzt einige kills mehr hinzu als bei den vorherigen oder nachfolgenden rates viel besser gesagt und da sehen wir schon wir gehen über die 627 da sind wir bei 700 kills also ihr seht worauf ich hinaus will blizzard hat in diesem addon den hc rate definitiv schwerer gemacht und das lässt sich auch hier deutlich dran ablesen jetzt haben wir hier den 28 januar den immer noch mit und jetzt gehen wir in die langsam abendstunden rein so 1100 also es ist in der ersten woche kamen da sehr viele kills zustande über 1200 sogar hier haben wir jetzt im break zum 29 sind 1232 1230 kills das ist schon krass vergleich zu jetzt halt mal fast 1200 kills weniger auf sylvanas schreibt mir gerne in die kommentare was ihr davon haltet findet ihr es gut dass es so schwer ist findet ihr es nicht gut wie weit seid ihr gerade im hc ich bin sehr sehr gespannt und damit bedanke ich mich für das zusehen wünsche euch noch einen schönen tag bis zum nächsten video reingehauen Musik